Musik Wir kommen aus Thüringen, wir haben eigentlich den Winter gesucht und das ist ja jetzt ja auch so. Also wir freuen uns, es ist ja auch richtig schön weihnachtlich, aber hier oben ist schon sehr heftig. Wir haben vorher immer mal geschaut, wie das Wetter wird und sind jetzt eigentlich total überrascht, weil es ist ja sofort der Wintereinbruch gestern Abend gekommen. Die Wetterextreme sind schon gravierend, gestern noch im Grün auf dem Fichtelberg, heute im vollen Schnee. Ich finde es traumhaft schön, weil wir im Moment aus einer Gegend kommen, wo es nicht so schön ist, es regnet nur bei uns in Thüringen, aber das ist ein Erlebniswert hier oben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.